Die Unternehmen beginnen jetzt über unsere Arbeit eigene Podcasts auch zu drehen. Ich weiß auch, dass ein, zwei Unternehmen gestartet sind, weil sie dieses Medium erkannt haben, welche Chancen es hat. Und wenn ich hinkomme und sage, Mensch, wir haben eine Präsentation in Brüssel nächstens und wir müssen mal sehen, haben wir einen Imagefilm? Nein, wir haben keinen Imagefilm. Aber was können wir aus diesem reichhaltigen Material, was wir haben, machen? So, und dann setzen wir eigentlich fast so, als wenn ein Cutter dann wäre, setzen wir uns zusammen. Er macht einen Vorschlag und dann wird entsprechend Vor- und Nachspann gemacht. Wir achten darauf, welche Metalle wir zeigen. So, dann ist in der Stunde oder manchmal auch in der halben Stunde ein Film von drei, fünf Minuten fertig. Sie nehmen den USB-Stick mit und sagen, well, hier wäre er.